Das ist einmal mein Erfolgsjournal und einmal mein Dankbarkeitsjournal. Und das wird euch am Ende des Tages ein gutes Gefühl geben, wenn ihr ins Bett geht. Weißt du, das ist quasi positive Selbstmanipulation. Euch bewusst zu machen, dass ihr gut seid, auch wenn alles gerade scheiße scheint. Selbst wenn ihr die heftigsten Überdepressionen habt, das will ich gerade jetzt Leuten mitgeben, weil gerade die Phase, in der wir uns befinden, gibt es viele Leute, denen es einfach nicht gut geht und die selber mit sich nicht mehr so richtig klarkommen. Immer was zu meckern so, aber wenn man die andere Seite sich anschaut, da gibt es auch sehr viel, über die man sich einfach freuen kann, sehr viele Dinge. Und deswegen habe ich auch, das hat auf jeden Fall auch dazu beigetragen, das kann ich hier an der Stelle mal erwähnen, das ist ein wichtiges Thema, kann man das lesen? Das ist einmal mein Erfolgsjournal und einmal mein Dankbarkeitsjournal. Und ich sage dir es, wie es ist, ne? Don Habibi erstmal, danke für den Fünfer, Bro. Danke für den Support, ich kiss dein Heads. Supporte den, man. Faust auf die Realen ist mein Bester. Auf jeden Fall, ähm, ich will das euch mal ganz kurz erklären, weil das ist halt wirklich was, das kann euren eigenen Gemütszustand einfach pushen und ihr fühlt euch einfach besser, nur wenn ihr das macht so. Also, was ist das, Digga? Dankbarkeitsjournal, da schreibe ich mir einfach jeden Morgen mindestens drei Thematiken oder drei Dinge auf, für die ich gerade dankbar bin. Und da kann wirklich alles, äh, äh, mit drin stehen, so. Weißt du, wie ich meine? Ich habe das zum Beispiel, das mit meiner Oma, dass sie mich, äh, besuchen, so oft besuchen kommt und dass ich auch die oft so sehe und so. Ähm, dass die Sonne gescheint hat. So eine, so eine Sachen, weißt du, wie ich meine, so. Halt einfach Dinge, die euch einfallen, für die ihr dankbar seid, so. Und das jeden Tag nicht nur zu denken, sondern aufzuschreiben, das prägt. So, ihr geht, ihr geht auf jeden Fall mit einer ganz anderen, ihr geht mit einem ganz anderen Feeling, so, in den Tag rein, weil ihr einfach euch bewusst macht, was ihr habt und nicht, was ihr nicht habt, so. Weißt du? Und genau so ist auch dieses Erfolgsjournal. Da schreibe ich halt abends rein, wenn der Tag dann vorbei ist, folgende Dinge, also entweder Sachen, die ihr gut gemeistert habt oder die euch einfach auch gut getan haben, wo ihr vielleicht jemandem geholfen habt, jemand euch Liebe gegeben hat, irgendwas Positives passiert ist, so. Das, äh, schreibe ich mir dann hier auf, so. Weißt du, wie ich meine? So, ich war trainieren, ich habe da einen Termin gemacht, ich habe ein bisschen Musik gemacht, ich habe, äh, eine Folge Kommen ins Café geschnitten, gedreht, äh, keine Ahnung. Ich war live gewesen, nächsten Interviews geplant, so. Ja, Dinge halt einfach, die euch gut tun, die ihr gut gemeistert habt, die euch gut tun, wo ihr was Gutes getan habt, einfach so. Und das wird euch am Ende des Tages ein gutes Gefühl geben, wenn ihr ins Bett geht, so. Weißt du, das ist quasi positive Selbstmanipulation. Einfach so euch bewusst zu machen, dass ihr gut seid, dass ihr krass seid, weißt du, wie ich meine? Dass ihr stark seid, dass ihr auch gute Dinge tut, auch wenn alles gerade scheiße scheint oder mal irgendwie eine Downphase kommt oder so. Weißt du, macht euch bewusst, was ihr alles erledigt habt, macht euch bewusst, für was ihr dankbar seid. Und ich sage euch, es wird krass, es wird, dass das alleine lässt mir und das ist bei vielen anderen von euch auch so, man muss es halt einfach machen, eine Art Stein vom Herzen fallen, so. Ihr fühlt euch dann besser, ihr habt nicht mehr so viel Ängste und so. Weißt du, wie ich meine? Das ist mir wichtig, dass ich das mitgebe, weil mir persönlich hat es sehr viel gegeben. Und jedes Mal, wo ich damit aufgehört habe, hat es mir auch sehr viel weggenommen. Und ich sage nochmal, bevor ich auf die Donation von meinem Bruder Martin eingehe, ähm, äh, toll Digga, jetzt habe ich es vergessen. Ja, genau. Ich wollte sagen, gerade in den Zeiten, wenn es euch scheiße geht, wenn es euch nicht so gut geht, wenn ihr irgendwie, ich kenne das selber, wenn es euch scheiße geht und ihr irgendwie psychisch auch Probleme habt oder so einen Scheiß, dann will man sich ab und zu mal selber nichts Gutes tun. Weißt du, ich meine, ich bin so, ich bin zum Beispiel so einer, ich, 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 ich tue mir dann extra nichts Gutes, weil ich, weil ich es mir vielleicht in dem Moment nicht wert bin oder so, weißt du? Aber genau in diesen Momenten ist es brutal wichtig, euch bewusst zu machen, was ihr könnt und was ihr geschafft habt. Und deswegen schreibt euch das auf, abends, schreibt euch es einfach auf, egal wie kacke es euch geht, ein paar Dinge habt ihr auf jeden Fall gemacht. Selbst wenn ihr die heftigsten Überdepressionen habt und gerade im Bett liegt und eigentlich den ganzen Tag gar nichts gemacht habt, außer aufzustehen, kurz gekocht und zu kacken, Digga, dann schreibt euch das auf. Weißt du, ich meine so, einfach um euch so, keine Ahnung, selbst positiv zu beeinflussen. Das will ich gerade jetzt Leuten mitgeben, weil gerade die Phase, in der wir uns befinden, gibt es viele Leute, denen es einfach nicht gut geht und die selber mit sich nicht mehr so richtig klarkommen. Tut das. Ich küsse euer Herz. Auf jeden Fall, Martin hat 74,99, also 75 AEDs da gelassen, Digga. Arabische Emirate irgendwas, was war? Skrrr, 30 Grad im Schatten, Digga. Ich küsse dein Herz, Martin. Danke für den Support, Bro. Martin sagt, Bruder, der Kopf sichert mehr, speichert mehr das Negative als das Positive. Safe. Ja, und genau deswegen sollten wir uns die positiven Dinge halt versuchen, noch mehr hervorzurufen, also noch mehr uns bewusst und klar zu machen. Weißt du, wie ich meine so? Deswegen aufschreiben. Darüber nachzudenken, ist auch cool. Ist auch, hilft einem vielleicht auch, aber ich sag dir, dieses Aufschreiben und dieses sich überhaupt hinzusetzen. Wie viele Menschen gibt es heutzutage noch, die sich überhaupt 15 Minuten Zeit nehmen für sich einfach, um sich selber zu sagen, was sie gut können. Das alleine, dass du dir am Tag einmal diese Zeit nimmst und dir selber sagst, was du kannst, das machen wir gar nicht mehr richtig so. Wir sind so krass, wir sind so krass in unserem Film immer drin, so von wegen, ey, wir müssen das erreichen, ich muss das machen, ich muss noch hier hin, ich muss noch das erledigen, ich muss noch da, 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 da und wenn ich das nicht habe, dann kann ich nicht entspannen, dann kann ich mich nicht selbst loben und so, aber ihr könnt das, so. Nehmt euch die Zeit für euch selber, das ist, das ist für euch, weißt du? Ja, man. XXX444 sagt, habe mir wegen dir bereits zwei Notizbücher gekauft, um diesen, um diese Sachen niederzuschreiben, die gut liefen. Mach das, Bro, wirklich, zieh es durch und berichte mir, wie es dir geht. Ich schwöre dir, ich habe das letztens auch wieder erst angefangen, habe das lange nicht mehr gemacht, so, und, ähm, habe sofort gemerkt, an dem Abend, wo ich mir das aufgeschrieben habe, diese Gedanken, mit denen du schlafen gehst, du denkst halt wirklich an die Sachen, die du dir da gerade aufgeschrieben hast, so, weißt du? Und du denkst vor allen Dingen, was passiert automatisch in deinem Gehirn, automatisch denkst du, wenn du durch den Tag läufst, denkst du an Dinge, die du dann abends in dein Erfolgsjournal reinschreiben kannst, so. Weißt du, wie ich meine, das ist, so, du, du manipulierst dich selber damit und machst dann mehr gute Dinge, weißt du, 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 du versuchst noch mehr zu machen, einfach unterbewusst auch alleine, so, weil du, dir das halt, weil du dir das jeden Abend immer wieder aufschreibst, denkst du dann tagsüber auch darüber nach, genauso wie du morgens, wenn du dir aufschreibst, für was du dankbar bist, dann kannst du auch glücklicher durch den Tag gehen, Digga. So, ich küsse dein Herz. Justine, was läuft, Alter, gut gerade Kokosnüsse geholt. Wie geht's dir? Die Kokosnüsse-Vibes, oder was? Nice. Machst gerade wieder fasten, gell, glaub ich. Mir geht's gut soweit, ist ein bisschen kalt out here, ist ein bisschen kalt hier auf jeden Fall so, aber ansonsten, alles nice. Bin unterwegs mit den Brüdern, wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. Fahrer am Kuder mit ner Bitch, der Kopf ist gefickt und ich öffne ne Bardo. Jeder will Aufmerksamkeit, doch der Schmerz auf mein Herzen wiegt über ne Tonne. Kann ich denn kommen? Bete zu Gott, bitte übernimm Kontrolle.